Ja, hallo zusammen. Eine neue Woche, ein neues Building on a Budget. Ich habe wieder ein neues Deck für euch zusammengebaut. Mir gefällt die Liste ziemlich gut, bin mal gespannt, was ihr sagt. Heute bleiben wir nämlich mal wieder einfarbig. Mono-Schwarz, Midrange, Schrägstrich, Control, alt etablierter Decktyp. Mir gefällt die Liste aber sehr gut, aber wir reden jetzt nicht lange vorweg. Wir legen sofort los. Viel Spaß mit diesem Video. So, hier habt ihr auch die Deckliste jetzt einmal eingeblendet. Die eine oder andere Karte wird der Standardspieler hier schon wiedererkennen. Wir haben ein paar typische Karten dabei im Mix mit ein paar neuen Karten. Und so ergibt sich dann hier dieses Mono-Schwarze Midrange-Deck. Man kann es, wie gesagt, definitiv auf Turnieren zocken. Es ist standardlegal und man kann sich auf jeden Fall mal an FNM rantasten. Vielleicht dann noch ein passendes Sideboard dazu bauen. Über alternative Karten und mögliche Sideboard-Karten können wir gerne am Ende nochmal reden bei der Deckbewertung. Vorweg wollen wir uns gleich die Karten jetzt erstmal im Detail anschauen von unserem Budget-Deck. Und da ist das Wort schon gefallen, das Budget. Geh, wir reden noch kurz über den aktuellen Preis von dem Deck. Der liegt bei circa 20 bis 30 Euro. Natürlich immer davon abhängig, welche Karten man schon hat. Die Karten an sich sind nicht wirklich teuer. Wir haben keine teuren Einzelkarten dabei. Man kann das Deck wirklich preiswert nachbauen. Aber wenn man eben alle Karten online bestellen muss mit dem Porto und Versand, wenn man eben selber noch keine Karten hat, dann tendiert man eher zu den 30 Euro oder einen Ticken mehr. Aber insgesamt, wie gesagt, immer noch ein sehr, sehr, sehr preiswertes Deck. Und kann man halt mal gut zocken, altetablierter Decktypen. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal die Einzelkarten an. Was soll das Deck genau machen und warum habe ich das gebaut? Starten wir als erstes mit dem Cable Stronghold. Das haben wir dreimal im Deck. Sehr schönes Utility-Land. Deswegen spielen wir hier dieses Deck eben auch Mono-Schwarz. Wir können es für drei Mana tappen und kriegen dann ein schwarzes Mana für jeden Standardland-Sumpf, den wir kontrollieren. Also man muss schon eine ganze Menge Sümpfe im Spiel haben, damit man damit wirklich Mana-Plus macht. Wenn man nur zwei, drei Sümpfe im Spiel hat, dann macht man dann nicht mit Plus. Also es ist definitiv eine Karte für den späteren Spielverlauf. Deswegen sind wir auch eher so ein Midrange- bzw. Control-Deck. Wir bauen uns ein bisschen auf, sind ein sehr interaktives, flexibles Deck, welches wirklich mit dem Gegner interagieren möchte, mit seinen Karten bzw. den Kreaturen auch interagieren möchte. Und später generieren wir dann viel Mana, um wirklich große, gute Karten zu spielen und damit das Spiel zu gewinnen. Also wir müssen nur im Hinterkopf behalten, wir haben das Cable Stronghold dreimal im Deck, können später damit sehr viel Mana produzieren und darum bauen wir jetzt so ein bisschen unser Deck. Wollen wir mit dem eigentlichen Deck jetzt mal starten. Wir schauen uns unsere Kreaturen an. Es sind ja nicht viele. Typisch für so ein Midrange-Deck, wir spielen wenige gute Kreaturen, anders als noch das Control-Deck, welches dann in der Regel ganz, ganz wenige Kreaturen spielt. Nur ein, zwei Stück mit ein paar Planeswalkern. Also wir sind schon eher so ein bisschen das Midrange-Deck, haben ein paar mehr Kreaturen, die aber möglichst stark sein sollen oder irgendeinen guten Effekt auf den Gegner haben sollen. Jede Kreatur und jeder Slot ist halt hier wertvoll. Die Kreaturen müssen auf jeden Fall was machen. Als erstes haben wir viermal den Dreadshade. Der passt natürlich hervorragend hier unser Deck rein. Für alle Casual-Spieler, man könnte das Deck hier natürlich auch noch ein bisschen umbauen. Den Dreadshade zusammen mit dem Grey Merchant of Asphodel zum Beispiel spielen, ist ein Klassiker, das Mono-Black-Devotion-Deck. Aber ich denke, das ist alles sehr offensichtlich. Ich wollte das Deck jetzt hier echt einfach mal standardlegal halten. Mono-Black-Devotion-Decks hatten wir ja schon genug und der Dreadshade ist einer unserer Hauptbieter hier in dem Deck. Der ist nämlich eine sehr gefährliche Karte. Sobald wir irgendwie 10, 11 Mana mit dem Cable Stronghold produzieren können, dann reichen in der Regel ein, zwei Angriffe mit so einem Dreadshade. Wenn der Gegner ihn nicht handeln oder blocken kann, ist er super, super tödlich auf jeden Fall und ist auf jeden Fall eine gute Bedrohung für den Gegner. Er kann sich zwar nicht sonderlich gut selber beschützen, aber deswegen spielen wir einfach auch ein paar mehr Kreaturen. Aber wir müssen den Gegner halt wirklich mit guten Kreaturen unter Druck setzen und der Dreadshade ist da wirklich eine hervorragende Wahl, da wir ihn permanent stärker machen können, einfach mit dem ganzen Mana, was wir später produzieren. Also sehr schöner Bieter auf jeden Fall hier im Drei-Mana-Bereich. Dann haben wir rechts daneben zweimal Gonti, den kennen wir ja schon, den haben wir ja schon öfters in so Decks gesehen. Sehr gute Karte, wie ich finde. Vier Mana, zwei, drei Death Touch. Wir können uns die obersten vier Karten der Bibliothek des Gegners anschauen, wenn ihr ins Spiel kommt. Eine Karte davon verdeckt ins Exil schicken. Die Karte dürfen wir dann quasi wirken und wir dürfen ihre Mana-Kosten auch nur mit unserem schwarzen Mana bezahlen, egal welche Farbe sie hat. Sehr gute Karte, auf den ersten Blick gar nicht mal so stark, aber im Zweifel zwei, drei Death Touch. Er tauscht immer gegen eine Kreatur ab, wenn wir gegen ein anderes kreaturenlastiges Deck spielen, ein Aggro-Deck oder ein Mid-Range-Deck. Zusätzlich klauen wir dem Gegner noch eine Karte. Klar, wir klauen ihm keine Handkarte, aber wir können eine zusätzliche Karte quasi aus den obersten vier Karten seiner Bibliothek spielen. Vielleicht eine Kreatur dort nehmen, mit der er dann auch nochmal blocken. Gegen Control-Decks können wir einen wirklich guten Pay-Off-Spell nehmen, der gegebenenfalls uns zusätzlich Karten zieht. Gegen einen Approach-Deck, da können wir dann den Approach auch raussuchen und dann quasi ins Exil schicken, dass der Gegner ihn nicht mehr spielen kann. Also er hat wirklich viele Anwendungsmöglichkeiten, ist an sich eine super flexible Einzelkarte und macht halt eigentlich immer eine Karte plus irgendwie. Kann man also auf jeden Fall hier in dem Deck zocken, passt sehr schön in unsere Deckstrategie. Auf der nächsten Seite haben wir dann eine meiner Favorite-Karten aus Dominaria, Josu Vest, der Lich Knight. Sehr coole Kreatur gegen die etwas schnelleren Decks. Spielen wir ihn einfach für vier Mana in der Kurve. Vier Mana, vier Fünfer-Bieter mit Menace. Ist nicht verkehrt, Underkost-Bieter. Gute Werte mit einer Bonusfähigkeit, kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Und in den langsamen Match-Ups vielleicht auch gegen andere Midrange oder andere etwas langsame Kreaturen-Decks. Dann kickern wir ihn später für zehn Mana, kriegen dann noch die acht Zombie-Tokens mit Menace und können damit auf jeden Fall das Spiel gewinnen. Definitiv eine sehr gute Kreatur. Und wir können die Kicker-Kosten halt in dem Deck auch ab und zu mal ganz gut bezahlen. Das kann halt nicht jedes Deck so viel Mana generieren. Lässt sich auf jeden Fall sehr gut spielen und kann halt auch Spiele alleine gewinnen. Rechts daneben dann noch unsere letzte Karte gegen die Kreaturen-Decks. Wenn die Decks ein bisschen langsamer sind, ein Tetsimog. Sehr gute Kreatur, 6-6er-Bieter mit Death-Touch. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Und eben in den etwas langsamen Match-Ups schießt der zwei, drei Kreaturen beim Gegner ab. Kann so nochmal zusätzlich Kartenvorteil generieren. Und ist halt auch ein ganz netter Finisher für unser Deck. Ja, das war's für die Kreaturen-Base. Der Rest wird halt mit super, super vielen Nicht-Kreaturen-Zaubersprüchen aufgefüllt. Da sind dann noch ganz verschiedene Karten dabei gegen verschiedene Decks, die man natürlich dann zum Beispiel im Standard-Format erwarten könnte. Schauen wir uns die auch nochmal an. Als erstes unser schnelles Kreaturen-Removal. Das ist natürlich ganz wichtig. Wir bauen uns schon ein bisschen auf. Wie gesagt, wir sind ein Mid-Range-Deck, nicht das schnellsteck. Wir müssen halt echt aufpassen, dass wir von den super schnellen, aggressiven Decks nicht überrannt werden. Sowas kann natürlich Monorot sein, Mehrfolg-Decks, Vampire, Token-Decks. Da gibt es ja im Moment sehr viel, was man spielen kann. Und wir brauchen halt einfach die schnelle Interaktion, um nicht sofort zu sterben. Dann haben wir zweimal Castdown, zerstört eine nicht-legendäre Kreatur. Ist immer ein ganz nettes Removal für zwei Mana. Trifft halt nicht alles, aber ist immer noch eine sehr gute Möglichkeit, da wir in einem Budget-Deck keinen Fatal-Push spielen können. Und rechts daneben das Vicious Offering. Ist auch ein ganz netter Spell. Kann man eventuell Moment of Craving spielen, wenn man den zusätzlichen Life-Gain halt eher braucht. Aber hier, wir haben später noch ein paar Zusatz-Kreaturen-Tokens, die wir auch opfern können. Wir können dann die Kickerkosten bezahlen. Und so ein Minus-5-Minus-5-Effekt ist halt auch wieder gut gegen zum Beispiel unzerstörbare Kreaturen. Wenn man mal gegen eine Hazoret spielt, kann man die dann einfach damit abräumen, zusätzlich die Kickerkosten bezahlen und halt eine unzerstörbare Kreatur vom Feld kriegen. Ist halt auch ein Vorteil. Da muss jeder für sich mal gucken. Besonders wenn man das Deck mit auf den FNM nehmen will, da weiß man eventuell schon, was die Leute spielen. Man kennt die Spielerunde. Da kann man das Deck dann gegebenenfalls anpassen. Dann eher Moments of Craving in dem Slot spielen. Aber im Allgemeinen finde ich das Vicious Offering doch noch einen Ticken besser, weil man eben auch große unzerstörbare Kreaturen damit abräumen kann. Auf der nächsten Seite geht es noch weiter mit Removal, aber das ist nicht das reine Kreaturen-Removal. Viermal Never Return natürlich nicht nur gegen Kreaturen, sondern auch gegen Planeswalker. Ganz wichtig hier die Budget-Variante von Vrascas Contempt. Das ist ein bisschen teuer für so ein Budget-Deck, aber Never Return erfüllt da auch wirklich seinen Zweck. Wir brauchen einfach nur zusätzliche Karte, um mit Planeswalker zu interagieren. Wenn wir mal das langsame Control-Match abspielen, der Gegner hat einen Teferi oder einen Khan und da ist so ein Never Return einfach super, super gut. Leider hat man den Live-Gain nicht vom Vrascas Contempt, was es ein bisschen schlechter macht, aber insgesamt noch eine sehr gute Karte, da wir mit der Return-Seite noch alle anderen Karten meinem Gegner ins Exil schicken können. Wenn da mal eine einzelne Embaam-Kreatur zum Beispiel dabei ist, dann kann man die einfach ins Exil schicken. Der Gegner kann keinen Vorteil daraus ziehen. Wir kriegen zusätzlich noch den 2-2er-Zombie-Token. Ist auf jeden Fall eine sehr gute Karte hier für unser Deck. Rechts daneben dann noch Doomfall. Auch eine ganz nette Karte. Ab und zu mal die Hand des Gegners sehen. Ist nie verkehrt. Wenn wir ein bisschen Zeit haben, können wir das zwischendrin mal spielen. Eine sehr gute Nicht-Land-Karte von der Hand des Gegners klauen. Alternativ, wenn der Gegner sich mal schnell austappt für einen Scarab-God zum Beispiel. Dann können wir mit dem Doomfall halt seine einzelne gute Kreatur exilen. Klappt eben auch gegen Hazoret zum Beispiel, wenn man vorher das Board recht frei gehalten hat. Man kann die Karte halt einfach super flexibel einsetzen. Und deswegen habe ich sie hier noch zweimal mit ins Deck reingenommen. Auf der nächsten Seite haben wir dann viermal den Ride of Belsen-Log. Einfach mal noch eine neue Karte, die wir hier eben sehr gut in unserem Deck verbauen können. Die schwarze Rare-Saga auf der 1 und 2 kriegen wir jeweils zwei 0-1er Kleriker-Token. Das sind dann auch die Token, die sehr gut mit dem Vicious Offering synergieren. Da können wir dann die Kicker-Kosten nämlich bezahlen, um zum Beispiel sowas wie eine Hazoret abzuschießen. Aber die Kleriker sind natürlich auch Futter für den 6-6er-Dämon, den wir unten bekommen. Den wir eben auch als Finisher benutzen. Große fliegende Kreatur, wenn der Gegner sie nicht händeln kann, können wir dann mit dem Gegner eben sehr schnell umtreten. Auf der nächsten Seite haben wir dann unsere Karten-Vorteilskarte. Das brauchen wir auf jeden Fall mal auch. Wie gesagt, wir müssen auch darauf eingestellt sein, etwas längere Spiele gegen Control-Decks zu spielen. Hier habe ich mich für die Sunset Pyramid entschieden. Sie kann quasi dreimal eine Karte ziehen, das ist ganz cool. Und im späteren Spielverlauf können wir unseren Draw-Step halt ganz nett mit dem Hellsicht-1-Effekt manipulieren. Ist halt auf jeden Fall eine gute Karte und für so ein schwarzes Deck einfach eine schöne Möglichkeit, um reinen Kartenvorteil zu generieren. Und rechts daneben mein Budget-Geheimtipp. Super gute Karte, zweimal Scarab-Fees. Ich habe sie ganz viel bei Magic Arena gespielt und da auch schätzen gelernt. Sehr gute Karte einfach, wenn man zusätzlich einen Graveyard-Hate braucht, aber man will halt nie super unflexible Karten in seinem Main-Deck spielen. Wenn man die Karten dann nämlich nicht einsetzen will oder nicht einsetzen kann, weil es einfach nicht nötig ist, weil der Gegner nicht mit seinem Friedhof interagiert, dann wollen wir einfach keine toten Karten haben und Scarab-Fees eben zusätzlich mit dem Cycling-Effekt, wenn wir gegen ein Deck spielen, wo wir einfach den Graveyard-Hate nicht brauchen, dann können wir sie wegcyclen, aber eben in den Match-Ups, wo wir unbedingt was aus dem Friedhof weghaben wollen, da ist sie einfach Gold wert. Und deswegen einfach noch eine sehr schöne Ergänzung hier für unser Deck. Abschließend haben wir noch eine kleine Toolbox in unserem Deck, fand ich ganz cool. Zweimal Rasa's Ride, eine Karte, die man ja quasi nirgendwo spielen kann. Ein 5-Mana-Tutor-Effekt ist halt einfach nicht gut, meistens zu langsam. Aber hier in unserem Deck können wir diese Karte halt einfach wirklich super gut einsetzen. Wir haben halt einfach Züge, wo wir ganz easy über 10 Mana zur Verfügung haben durch unser Cable-Stronghold. Und hier können wir dann diesen Tutor super, super gut einsetzen. Natürlich zusätzlich mit Cycling-Eins, falls wir die Karte schnell loswerden wollen, irgendwie ein schnelles, interaktives Removal irgendwie brauchen. Dann schmeißen wir die Karte einfach weg, sie wird gecyclet, aber im Late-Game, wenn wir sie dann nachziehen, super gut. Wir können uns genau gezielt die eine Karte suchen, die gerade in der aktuellen Spielsituation am besten ist. Sehr, sehr, sehr stark und die drei Karten, für die ich mich hier entschieden habe, sind zum einen Phyrexian Scriptures, eine Immortal Sun und ein Battle at the Bridge. Links Phyrexian Scriptures quasi so als Mass-Removal-Spell nochmal, wenn man gegen Kreaturen-lastige Decks spielt. Ganz nette Karte, die aber auch noch zusätzlich auf der drei Karten aus dem Friedhöfen exiled. Also einfach eine ganz nette, flexible Karte in der Mitte. Die eine Immortal Sun, super, super gut natürlich, wenn wir gegen Planeswalker-Decks spielen. Wir können verhindern, dass die Control-Spieler ihre Fähigkeiten auf den Planeswalker aktivieren, unfassbar stark. Wir ziehen hier zusätzliche Karten in unserem Draw-Step, auch natürlich super stark, damit uns die Handkarten nicht ausgehen. Dass unsere Zaubersprüche ein bisschen billiger werden und unsere Kreaturen ein bisschen stärker werden, das ist hier nicht so relevant. Aber wie gesagt, die einzelne Immortal Sun, die wir uns dann raussuchen können, einfach eine super gute Einzelkarte und hier einfach ein ganz schönes Tutor-Target. Rechts daneben dann noch das eine Battle at the Bridge. Dieses Removal kombiniert wirklich alle Sachen, die ich vorher gesagt habe, quasi in eins. Sehr guter Spell, einmal ein X-Spell, in den wir beliebig viel Mana reinzahlen können. Das ist natürlich super gut, da wir einfach so viel Mana produzieren. Dann ist es ein Minus-X-Minus-X-Removal, welches also auch sehr gut gegen unzerstörbare Kreaturen ist, weil wir sie damit vom Feld kriegen. Und zusätzlich gibt es dann noch X-Lebenspunkte. Wie gesagt, wir haben kein Wraskas-Content in dem Budget-Deck, so ein kleines bisschen zusätzliches Life-Gain ist nicht verkehrt gegen die aggressiven Decks. Ein großes Battle at the Bridge kann da halt auch einfach mal alleine Spiele gewinnen und fand ich einfach als letzte Toolbox-Karte, sodass ich hier zu diesem Dreier-Paket gekommen bin. Aufgefüllt wird das Deck dann mit 23 Sümpfen, 26 Länder dann insgesamt. Wir können hier leider keine fancy Utility-Länder spielen, da wir einfach möglichst viele Standard-Land-Sumpf brauchen für unser Cable-Stronghold. Wäre natürlich cool, wenn man sowas wie Arc of Oraska plus Field of Rune spielen kann, dann wären wir aber wieder bei dem ganz normalen Standard-Deck irgendwie. Hier heute einfach mal was anderes, deswegen die Kombination Swamp plus unser Cable-Stronghold als Utility-Land fand ich einfach ganz cool. Und das Deck insgesamt war einfach mal was anderes, so im aktuellen Standard-Bereich. Könnt ihr ja mal ausprobieren, wenn ihr wollt. So, abschließend kommen wir jetzt natürlich noch zur Deck-Bewertung, da können wir dann noch ein bisschen über das Deck reden, legen wir damit los. Über das Budget haben wir am Anfang ja schon geredet und wir starten wie immer hier im Bereich Kreaturen und Kreaturengröße. Und hier hat unser Mono-Schwarzes Deck 3 von 5 Sterne verdient, würde ich sagen. Wir haben zwar nicht übermäßig viele Kreaturen, das ist halt ganz typisch für den Mid-Range-Deck-Typ, aber unsere Kreaturen sind alle sehr stark, haben gute Effekte und unser Deck versucht wirklich über die Kreaturen zu gewinnen. Also wir fluten nicht das Board, wir spielen die guten Einzelkarten und ich würde sagen 3 von 5 ist hier schon angebracht. Ein solider Mittelwert, würde ich sagen. Im nächsten Punkt im Bereich Synergie, da hat unser Deck 2 von 5 Sternen. Wir haben zwar ein paar kleine Synergien, das Ganze mit den Manern und diese Mono-Black-Thematik, aber unser Deck ist nicht wirklich synergierend. Die Karten haben alle ihre eigenen Aufgaben. Wir verfolgen eine ganz klare Deckstrategie, aber unsere Karten synergieren nicht wirklich untereinander. Genauso beim nächsten Punkt Kombo und Kombo-Potenzial. 1 von 5 Punkten, die schlechteste Bewertung. Wir haben kein Kombo-Potenzial, wir können nicht irgendwie 25 Karten in einem Zug spielen oder Karten kombinieren zu einer wirklich miesen Kombo. Das ist nicht unsere Aufgabe, wir wollen eher mit dem Gegner interagieren und ein flexibles Deck spielen. Im Bereich Kombo und Kombo-Potenzial wirklich nur 1 von 5 Sterne. Kommen wir zum Bereich Flexibilität. Da ist dann schon ein bisschen mehr auf jeden Fall angesagt. 4 von 5 Sterne, wir haben wirklich viele flexible Karten. Wir können mit Kreaturen, Planeswalkern und allen möglichen Karten des Formats interagieren. Aber wir sind nicht ganz auf dem Maximum angekommen. Wir können nicht wirklich mit allen Karten interagieren. Die eine oder andere Karte könnte uns dann eben doch Probleme geben. Aber das ist dann eben der Nachteil an einem Mono-Schwarzen Deck. Wir haben zwar eine sehr super solide Mana-Base, aber wir können halt nicht super flexibel mit allen Kartentypen im Spiel interagieren. Würde man das Deck jetzt auf einem Turnier spielen, würde man natürlich dann genau diese Schwachstellen im Sideboard ausgleichen. Man würde zum Beispiel mehrere Duress im Sideboard spielen, um eben mit den Control-Decks noch mehr zu interagieren. Die Karten wären dann aber eigentlich im Haupt-Deck halt nicht so gut. Deswegen muss man hier bei so einem Budget-Deck ein bisschen aufpassen. Wenn man das wirklich dann mit so einem Turnier nimmt, muss man eben diese einzelnen Schwächen oder eben diese Flexibilitätslücken, würde ich es jetzt mal nennen, eben mit dem Sideboard ausgleichen, mehr Removal im Sideboard gegen die Kreaturen-Decks. Vielleicht noch das ein oder andere Mass-Removal aller Golden-Demice im Sideboard gegen die ganzen Token-Decks. Und so kann man das Deck dann gegebenenfalls einfach besser anpassen. Und würde dann in dem entsprechenden Match-Up nach dem Sideboard eine Flexibilität von 5 von 5 quasi erreichen. Aber so wie das Deck jetzt hier ist, es ist zwar schon sehr, sehr, sehr flexibel, aber 4 von 5, denke ich, ist hier eine faire Bewertung. Im Bereich Tempo hat unser Deck tatsächlich 3 von 5 Sternen. Wir sind gar nicht mal so langsam, wie man das denkt. Man spielt schon ein relativ schnelles Spiel, halt Midrange typisch. Wenn wir gegen ein sehr schnelles Deck spielen, müssen wir zwar mal ein bisschen langsamer spielen. Wir halten uns unser Removal auf, wir interagieren dann mehr mit dem Gegner. Aber sobald wir eben gegen ein sehr langsames Control-Deck spielen, dann legen wir eher unsere Karten auf den Tisch. Wir wollen den Gegner ein bisschen unter Druck setzen. Also je nachdem, wie eben das Match-Up ist, sind wir mal ein bisschen aggressiver und mal ein bisschen Controll-Liga. Das Deck kann eben beide Rollen einnehmen. Das ist halt das Coole an dem Midrange-Deck. Also im Bereich Tempo 3 von 5 Sterne finde ich definitiv auch angebracht. In unserem letzten Punkt, Control und Control-Potenzial, hat unser Deck auch 4 von 5 Sterne. Passend zur Flexibilität. Wir können den Gegner halt auch sehr gut kontrollen. Eben beim Punkt Tempo halt auch schon erwähnt. Wenn wir mal gegen ein schnelles Deck wirklich spielen, dann nehmen wir eher die Control-Rolle ein. Das kann unser Deck wirklich sehr gut. Und wenn man dann auch ein passendes Sideboard bauen würde, dann könnte man auch wirklich so ein Control-Mirror-Match spielen. Nach dem Sideboarden, wenn man mal gegen ein Control-Deck spielt. Also Control-Potenzial ist auch definitiv da bei unserem Midrange-Deck. So soll es auch auf jeden Fall sein. Und das war es dann auch für die Deckbewertung für unser Mono-Schwarzes Midrange-Deck. Ich fand es auf jeden Fall mal ganz cool, weil wir einfach mal viele Karten auch verbauen konnten, die ich in den Decks hier in den Videos noch gar nicht so zeigen konnte. Ist ein cooles Deck, lässt sich gut spielen, macht Spaß zu spielen. Man muss viel überlegen, man muss gut mit den gegnerischen Decks interagieren, die Karten kennen. Und dann kann man wirklich schönes, flexibles Spiel spielen. Macht auf jeden Fall Bock. Bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Lasst doch gerne mal Kommentare da. Wenn euch das Video gefallen hat, über einen Daumen hoch würde ich mich auch auf jeden Fall freuen. Und ansonsten könnt ihr hier im Auto auch noch ein Abo dalassen, damit ihr immer auf dem aktuellsten Stand bleibt. Ja, das war es von mir mit dem Start in die Woche, unser wöchentliches Budget-Deck. Ich wünsche euch jetzt nur noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Bis dann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020